Das ist das einzige militärische Projekt, das Voto-Til-Metal hier entwickelt hat. Aber es kann nicht mehr anders in der Natur von den Kriegern. Da ist die Möglichkeit, die die Sicht des unkontrollten Feuer der Nukle-Nukle-Reperationen zu erzeugen. Es ist ein Fakt, dass Spieler in favoritischem Foto-Til zu erzeugen werden. Wieso? Geht das so einfach? Wieso, verdammt nochmal, hm? Die Säge sind verabschiedet, die die Säge sind, und die Säge sind. Nicht zu sagen, die Erfahrung von einem großen Spiel. Aber dieses Projekt ist wichtig für die Marine Corps. Der Krieg ist manchmal zu Hause, als du denkst, dass du das immer. Immer das in die Augen. Diese Wehung wird alle anderen Metal Gears obsolet. Die Nationen, die ihre eigenen Metal Gear-Forts, werden über ihre Nukle-Stratage denken, in the light of the military dominance spelled out by Rea. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Oh, scheiße. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Left. Up. Front. Up. Scheiße. Down. Da kommt man nicht durch. Ah. Ernsthaft jetzt? Da kommt man nicht durch. Metal Gear Ray ist amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater. Move in undetected, and make it to the shoreline. Its onboard joint-tactical information distribution system identifies targets with unairing accuracy, and takes the mount of fire. It is the ultimate weapon, and it is yours to go. I'd like you all to think about what that means. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brands, especially those with submarine and air background. So. Geil. Letzte Halle. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Seers administration. The current state of the view of the Reparation is a direct result of that event. So. Jetzt brauche ich eins von vorne, eins von der Seite und eins von hinten. Ähm, ja. Ähm, ja. Geil. Metal Gear. Das bedeutet, ich muss mich jetzt richtig beeilen. The brain drain of nuclear specialists in the black market trade. Kamera. Was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Gear way can bring other Metal Gears under control and ensure that we never know that fear again. We, the Marines, will be the guardians of this piece. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity. So. Kamera. Kamera. Das ist scheiße. So. Ah. Besser. So. Äh. Ja. Ja... Kann ich nur einmal dieses... We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Das Marienlogo habe ich nicht, okay. Ähm... Zurk. This Metal Gear Ray is a prototype, designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned. Driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next generation technology such as C4 ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, the Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. Scheiße. This new model of Metal Gear is called Ray after the Great Mantle Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Mantle. With this latest... So, Kamera. Here we can rule the sea and land as we never had before. It is an undeniable fact that there is a force at work in our government. So... Now I have to do one side and take up. The new government that has led to its original intent... The new government is the first step towards that role. The future of the country rests with you... So, jetzt nur einen von der Seite... Kamera... So, und... Perfekt. So. Jetzt muss ich nur hier wieder zurück, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Habe ich das etwa geschafft, oder nicht? Scheiße. Scheiße. Habe ich's geschafft? Sag jetzt nicht, dass ich ein Minispiel spielen muss. Bitte nicht. Ernsthaft jetzt? Nein. Hm. Okay, das funktioniert. Es ist ein großartiges Front View. Was ist weiter? Wir brauchen nicht ein Schuss von der Front. Du hast schon einen genommen genommen. Du hast schon einen genommen genommen. Was ist nächstes? Oh, ich glaube nicht, dass wir das nutzen können. Der letzte ist... Vorne rechts und eins mit dem Logo der Marines. Scheiße. Ne. Das kriege ich nicht mehr hin, oder? Das kriege ich nicht mehr hin, oder? Okay. Und wo ist das Logo der Marines? Was ist das? Was ist das? Verdammt. So. Hm. Wo... Wo ist denn dieses scheiß Marines Logo? Hm? Oh. So... Verdammt, nochmal. Präsident Sears forst the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest with plans for the... NEIN! Och, nein, 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 nein! Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Snake, respond! Snake? Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich ganz von vorne... Nein. Gut. 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 Ich dachte schon, ich müsste alles von neu machen. Gut. 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 Okay, wie bittelos werfen.